Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei der Journey NFL 100 zum 100. Geburtstag der NFL. Reisen wir zurück in die Vergangenheit und heute ist das Jahr 1959 dran. Drei Sterne Herausforderung, wir sollen das Spiel gewinnen, wir kriegen einen Bonus, wenn wir drei Passing Touchdowns erzielen. So, es geht gegen die Indianapolis Colts. Wir sind im dritten Quarter, liegen mit zwei Punkten hinten, es steht 7 zu 9. Wir haben den Ball an der eigenen 25-Jahr, die wir brauchen drei Passing TDs. Das ist schon mal eine Ansage. Starten wir mal mit dem Play-Action, Jack Lancy. Whitney attackiert die Mitte, wir achten links auf unsere Receiver, auf Cooper und auf Owens, der im Slot steht. Wir gehen tief auf Amai Cooper und der hat das Ding an der 35-Jahr-Dinie. Riesen Catch der Cowboys Offense. Das war ein richtig gutes Play. Double Slant, unseren Cooper jetzt auf einer Slant Route. Und wieder geht es auf Amai Cooper. Nach oben weggesprungen der Ball, das ist immer sehr, sehr gefährlich. Wir müssen ja hier nicht in hektische Aktivitäten ausbrechen. Tide and Drive, Whitney attackiert die Mitte, links außen steht Terrell Ones, auf den haben wir ein Auge. Der ist aber gut gedeckt, aber dafür ist unser Tide and frei. Und das ist ein First Down in der Red Zone der Colts an der 16-Jahr-Linie. Erster Versuch am 10 für Dallas. Wir nehmen den Tide and Attack, achten wieder auf Witten und aber auch auf Jarwin. Der Ball geht zu Jason Witten und der ist in der Endzone. Und wir haben den ersten der geforderten drei Passing-TDs für das Bonus-Goal geschafft. So, wir sehen noch den P.T. Der Spielstand ist jetzt 14 zu 9. Das heißt, wir haben das Spiel gegen die Colts gedreht. Also ich wundere, dass wir hier in Baltimore spielen. Zu dem Zeitpunkt, 1959, haben ja die jetzigen Colts, glaube ich, noch in Baltimore gespielt. Als Baltimore Colts. So, probieren wir einen On-Side-Kick. Ich möchte die Offense der Colts nicht allzu lange auf dem Feld stehen lassen, denn wir müssen ja diese geforderten drei Passing-Touchdowns erzielen. So, da sehen wir Frank Reich. Super Bowl-Sieger mit den Philadelphia Eagles da als Offensive Coordinator. Erster und Zehn an der 46-Jahr-Linie für Indianapolis. Das ist ein vollständiger Ball von Jacoby Brissett, der ja in der Offseason, ich glaube, es war beim dritten Preseason-Game, auf einmal sich als Starting-Quarterback wiederfand, weil Andrew Luck seine Karriere beendet hat. So, wir haben einen dritten Versuch und vier. Der Ball ist an der 40-Jahr-Linie. Die Chance, die Colts jetzt zu stoppen. Oh, wenig Druck auf Jacoby Brissett, aber da kommt er nicht aus der Pocket raus. Antoine Woods mit dem Tackling, das ist ein Vierter und Fünf. Das heißt, die Colts müssen punten. Ich habe meine Safe-Formation aufs Feld geschickt. Nicht, dass die hier anfangen, irgendwo etwas zu faken, aber der Ball, der geht gerade noch in die Endzone, Gott sei Dank. Heißt, wir haben einen ersten Onzehn an der eigenen 20-Jahr-Linie. So, Play-Action, Misdirection-Shot. Wir schicken Ones von der linken Seite auf die Reise. Und der hat komplett freie Bahn, hat den Ball. Schöner Move und Terrell Onze ist immer noch auf den Beinen. Der Ball ist an der 42-Jahr-Linie in der Indianapolis Colts. Die Cowboys im Passspiel eine Macht in dem Spiel bisher vor Verticals. Wir achten auf Onze, wir achten auf Whitten. Der Ball geht zu Terrell Onze und der ist Intercepted. Das ist natürlich das Mieseste, was uns hier passieren konnte. Desir mit dem Pick. Den habe ich nicht wirklich dahin geworfen, wo ich ihn vom Kopf her eigentlich hinworfen wollte. Er ist down 10, also jetzt an der 21-Jahr-Linie für die Colts, die mir jetzt wehtun können, indem sie hier einen langen Drive hinlegen. Der Anfang ist schon mal gemacht, ein vollständiger Pass von Brissett. Zweiter Versuch und zwei. Ball an der 29-Jahr-Linie. Lauf durch die Mitte und das ist ein neues First Down. Damit läuft die Uhr weiter. Und das ist genau das, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann in dieser Challenge. Er ist down 10 an der 33-Jahr-Linie. Die Colts laufen. Damit läuft auch die Uhr. Marlon Mack verliert aber zwei Yards. Zweiter Versuch und zwölf. Und jetzt nähern wir uns schon dem Ende des dritten Quarters. Das wird höchstwahrscheinlich das letzte Play sein hier im dritten Quarter. Und es ist wieder ein Lauf. Der Ball ist an der 39, die Uhr läuft runter. Wir gehen ins Schlussviertel hinein. Wir brauchen noch zwei Passing-TDs. Aber die Colts haben den Ball an der eigenen 39-Jahr-Linie. Am einen dritten und vier. Und das ist ein Pick. Das ist Byron Jones mit der Interception. Ballbesitz-Carpus an der 41-Jahr-Linie. Ein ganz, ganz wichtiges Play. So, Double Slants. Auns und Cooper von der linken. Gallup kommt von der rechten Seite. Auf Gallup achten wir besonders. Da der Ball auf der rechten Hashmark liegt. Ist da drüben nämlich ganz viel Platz. Und Gallup hat den Ball. Trägt ihn in die Red Zone. Wir sind an der 15-Jahr-Linie der Indianapolis Colts. So, wir nehmen den Drive-Thru-Corner. Cooper kommt von der rechten Seite in Motion. Wir achten auf unsere beiden Titans. Auf Witten und auf Jowin. Und los geht's. Wir gehen aber in die Endzone. Auf Terrell Owens. Und der kann den Ball nicht festhalten. Incomplete Pass. Wir nehmen den Trail. Attacken die Mitte. mit Owens, mit Winton und mit Gallup. Und da geht der Ball in die Endzone auf Gallup. Und das ist der zweite Passing-TD für die Cowboys. So, zwei von drei haben wir damit geschafft. Einen brauchen wir noch. Der PET ist gekickt. Der PET ist gut. Und damit steht es 21 zu 9. Zwölf-Punkte-Führung. Vier Minuten zwölf sind noch zu spielen. Jetzt müssen die Coats sich was einfallen lassen. Onside-Kick. So, an der 43-Jagdlinie kommt Indianapolis wieder aufs Feld. Selbst wenn sie jetzt hier einen Touchdown scoren, haben die Cowboys eigentlich mehr als genug Zeit. Erstdown-Szenen der 43-Jagdlinie. Und das ist die nächste Interception. Das ist Chinobi Ahuze. Eieieiei. Brissett komplett von der Rolle. Bubble J over. Wir attackieren die Mitte mit Jason Witten. Achten außen auf Amai Cooper. Gehen aber auf unseren Running Back, den sie irgendwie vergessen haben. An der 50-Jagdlinie haben die Cowboys sein neues First Arm. Wir können uns jetzt natürlich auch ein bisschen Zeit lassen bei der ganzen Nummer. Nehmen wir in die Weid. Achten auf Jarwin. Achten auf Terrell Owens. So, Terrell Owens hat ein neues First Down. Der Ball ist an der 32-Jagdlinie. Erster Versuchung 10 für die Cowboys. Wir gehen per Audible in einen Pass. Nehmen den Double Slant. Ounson Cooper von links. Gallup von der rechten Seite. Da kommt der Ball auf Terrell Owens und der hat ihn an der 13. Wir sind wieder in der Red Zone von Indianapolis. So, jetzt noch einen Passing TD. Dann hätten wir das Bonus Goal in dieser Challenge doch recht einfach erfüllt. Wir gehen per Audible in einen Pass. Wir nehmen den Stick. Schicken Cooper von links auf eine Standrout. Und der ist mutterseelenalleine. Kommt aber nicht in die Endzone rein. Der Ball ist an der 1-Jagdlinie. First Hand Goal Cowboys. So, wir gehen per Audible in einen Pass. Wir müssen ja hineinwerfen. Achten auf Amai Cooper. Und fast sogar eine Interception. Da geht Cooper über die linke Seite. Statt eigentlich über die rechte, wo ich ihn erwartet habe. Wir nehmen den Stick. Cooper von links auf der Standrout. Jason Witten ist die Sicherung. Und er ist frei. Und das ist der dritte Pressing Touchdown für die Cowboys in dieser Challenge. Oh, das sieht doch richtig gut aus. Der Kick ist ebenfalls gut. Und es steht 28 zu 9 für die Dallas Cowboys. 2 Minuten 17 haben wir noch zu spielen. So, wir sehen den Kick-Off. Ball ist unterwegs. Geht knapp hinter die Goal-Line. Jetzt der Return. Oh, Probleme bei den Colts. Dann haben sie den Ball aber doch unter Kontrolle und starten den nächsten Drive an der 28-Jagdlinie. Wir führen mit 19 Punkten. Ich gehe jetzt schon in eine Cover for Zone Defense hinein. Einfach, weil ich nicht glaube, dass uns die Colts hier nochmal groß gefährlich werden können. Kaum Saris kommt so ein Play First Down an der 44-Jagdlinie. Schön, dass wir in der Colts sind. So, wir haben noch 8 Sekunden bis zum 2-Minute-Warning. Indianapolis hat keine Auszeiten. Und ja, Kobe Brisket geht zu Boden. Die Marcos Lawrence mit dem Sack und jetzt sind wir auch schon in den letzten zwei Minuten der Partie und die Colts haben einen zweiten Versuch und 17. Ein vollständiger Pass. Oh, keine guten Tackles bis Tillman kommt. Dritter Versuch und 6 von der 48. Ein wunderbarer Catch und ein neues First Down. Der Ball ist an der 40. Die Uhr ist gestoppt. Eric Ebon, der ja von den Detroit Lions gewechselt ist. Erster und 10 an der 40. und fast der Pick. Zweiter Versuch und 10. Wir gehen in eine Cover 6 hinein. Der Ball ist an der 40. Jack-Jagd-Dinie. Interception Byron Jones. Damit endet eigentlich der beste Drive, den die Colts hier im Spiel gezeigt haben. Erster und 10 an der 43. Jack-Jagd-Dinie. Wir haben die drei Passing-Touchdowns erzielt. Laufen jetzt mit Elliot das Ding hoffentlich problemlos nach Hause. Nehmen wir Zeit von der Uhr. Elliot gestoppt an der 49. Jack-Jagd-Dinie. Wir haben mal einen zweiten Versuch und zwei. Laufen jetzt mit Elliot durch die Mitte. Oh, das ist kein First Down. Die Colts stoppen Elliot an der 47. Jack-Jagd-Dinie. Dritter Versuch und Zentimeter. Elliot mit dem Run. Und das hat nicht gereicht. Ich bin gerade ein bisschen fassungslos. Justin Houston mit dem Tackle. So, wir spielen diesen vierten Versuch aus. Wir haben zwei Owens und Cooper von der linken, Gallagd von der rechten Seite. Wieder gehen wir auf Slend Routes. und wieder gehen wir auf Gallup. Macht er auch noch seinen Touchdown? Nein, der wird gestoppt an der neuen Jagd-Dinie. Aber ein Riesenplay von unserem Wide Receiver. Und eins, zwei, drei, vier Sterne geholt. Maximum Stars. Mehr gab es nicht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.